Nachdem ich viel lieber spreche als schreibe, möchte ich gerne auf diesem Weg euch meine besten Buchtipps und Erfahrungen weitergeben. Das heißt, ab heute starte ich mit regelmäßigen Videoblogs und danke meiner Tochter schon jetzt, dass sie so freundlich ist, es zu filmen. Als erstes Buch stelle ich euch ein Buch vor, was ich persönlich sehr gut finde, wenn man gerne meditieren möchte. Auf dem Markt gibt es relativ viele Bücher, die so ein bisschen esoterisch sind, das ist nicht jedermanns Sache. Hier habe ich ein Buch für euch von Heinz Hilbrecht, Meditation und Gehirn. Das hat keinen spirituellen Überbau und erklärt einfach mit klaren und gut zu lesenden Worten, was Meditation ist, wie man das Ganze macht. Und man kann es auch als Coach wunderbar seinen Kunden weitergeben, zum selber ausprobieren. Wer mehr wissen möchte, einfach reinschauen oder bei mir mal kurz drin blättern. Viel Freude damit und bis bald!